Hallo und herzlich willkommen bei meiner Let's Show. Hier ist euer DragonN912. Ja, wir... zeig' euch jetzt mal ein Kunstwerk der Natur. Hier ist natürlich der Wald. Hier ist mein Übergang. Da ist mein... naja... eigentlich Bambus, ich nenn's aber immer Koks. Find ich geil. Hier, wie man's schon sieht... geiles Auge, ne? Ich muss mal vorstellen, dass euer Auge so aussieht. Ich fliege mal hoch. Eigentlich kann man da die Treppe hochgehen hier. Aber durch den... To Man Items Mod kann ich einfach mal hochfliegen. Ja. Ja, hier ist sie eine Pupille. Ist die eine. Und... ja... Wir fliegen da jetzt mal kurz rein. So, wieder da. So, hier. Gerade hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Und dann wo kann man hier auch pennen? Ja. Äh, ich brenne hier irgendwas. Da unten. Mal ganz oben im Auge. Nein. Nein. So, hier ist meine Crafting Box. So, ja. Ui. Batsch. Na, ich würde es nicht tun, wenn ich keinen Kreativ hatte. Dann würde ich hier... die Wasserrutsche probieren. Die hier. Aber auch nur, wenn ich... So, ey, hoch hier. Hier ist dann die andere Seite. Kann man dann von allen schönen Seiten durchlaufen. Ja. Also, ich stelle die vom... Ein Kumpel von mir. Ich stelle die ins Internet. Da kann man die downloaden. Nur ich mach das nicht, weil... Ich hab das mal falsch gemacht. Dann... Oh. Deswegen... Mach ich das jetzt nicht und... Ja. Viel Spaß beim... Weiter YouTube gucken und... Oder was ihr auch immer noch macht. Viel Spaß noch und... Das ist die Folge von Dragon A912. Dun, 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 dun.